Hallo, ich bin Marie und ich zeige euch, wie ihr mit dem Creative Kit Schmuckdesigner von Schmidtspiele tolle Armbänder und Ketten gestalten könnt. Hier haben wir zum Beispiel das Set Rockstar. In dem Set enthalten sind 4 Stoffschläuche, 4 Bänder und 92 verschiedene Kugeln und Perlen. Für den Fall, dass ihr die Schläuche und Bänder kürzen möchtet, legt euch eine gute Schere bereit. Und schon kann's losgehen. Überlegt euch zunächst, was ihr designen möchtet. Ein stylisches Armband oder eine tolle Kette. Ich zeige euch jetzt, wie man eine Kette macht. Sucht euch Stoff und Kugeln aus. Ihr könnt die Kugeln auch schon mal hinlegen, um zu sehen, wie die Kette später aussehen wird. So stelle ich mir ungefähr meine Kette vor. Startet mit der ersten Perle oder Kugel. Zieht sie über den Stoffschlauch. Es ist einfacher, wenn ihr den Schlauch am Ende eindreht. Das Einwedeln erfordert etwas Übung. Falls ihr am Anfang noch Schwierigkeiten habt, lasst euch von einem Erwachsenen helfen. Zieht die Perle nicht bis zum Ende des Schlauches, sondern lasst 2-3 cm Platz, um die Kette später zu verschließen. Wenn ihr eure Kette zusätzlich sichern möchtet, macht einfach einen Knoten am Ende des Schlauches. Danach könnt ihr eine Kugel über den Schlauch ziehen oder in den Schlauch hineinstecken. Die jeweilige Kugel zieht ihr bis zur letzten Perle. So macht ihr immer weiter. Prüft nun, ob eure Kette die richtige Länge hat. Und lasst wieder hinter der letzten Kugel 2-3 cm Platz. Jetzt müsst ihr die Enden nur noch mit einem Band verschließen. Ich nehme dieses Band und schneide es einmal in der Mitte durch. An jedem Ende knotet ihr ein Stück Band mit einem Doppelknoten an den Schlauch. Auch hier könnt ihr wieder einen Erwachsenen um Hilfe bitten, damit der Knoten schön fest wird. Beim Knoten solltet ihr ein kurzes und ein langes Ende bekommen. Das kurze Ende und den Schlauch müsst ihr eventuell mit einer Schere noch etwas kurzen, damit es schöner aussieht. Schneidet dabei aber nie zu dicht hinter der Perle oder dem Knoten. Sonst kann es passieren, dass eure Kette aufgeht. Mit den langen Enden verschließt ihr euer Schmuckstück. Und schon ist eure eigene Kette fertig. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie ihr mit dem Material schicke Schmuckstücke designen könnt. Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die Creative Kids Schmuckdesigner von Schmidt Spiele gibt es in sechs verschiedenen Stilrichtungen. Maritim, Rainbow, Pastel, Geometric, Rockstar und Funky. Dabei gibt es vier kleine und zwei große Sets mit unterschiedlichen Materialmengen. Sie sind für Kreative ab sieben Jahren geeignet. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Gestaltet euren eigenen Schmuck. Gehaltig, Schmuckstück. So, ich glaube, es ist schon mal ein paar Minuten. So, ich hoffe, es wird mir schon mal ein paar Minuten. So, ich hoffe, es gibt schon mal ein paar Minuten. Ich hoffe, es ist schon mal ein paar Minuten. Wir müssen uns aufhören. Vielen Dank.